Als nächsten Redner freue ich mich sehr, meinen Stadtrat-Polegen Marian Hoffmann anzukündigen. Er spricht zum einen für die israelitische Kultusgemeinde München, aber auch für die liberale jüdische Gemeinde Bachelon. Liebe Münchnerinnen und Münchner, die jüdische Gemeinde traut mit jedem um die Opfer in Paris. Die jüdische Gemeinde traut mit ihnen um die Menschen, die sich in einem Supermarkt für Großschutz Essen aufgehalten haben und deshalb ermordet wurden. Sie wurden ermordet, weil sie im Tisch waren. Wir haben noch wenig Zeit gehabt zum Glück, aber wir werden schon greifen. Europa steht am Abgrund, mit der Brücke zur Wand. Orkogans, Spanien, Italien. Camp, Griechenland! Loser! Was sagen? Loser! Wir haben hier einen Teil. Man sieht total aus. Loser! 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 Ja, die haben die Zeit. Der warme statt's und so in den Maschern zu sagen. Die sind auch gefeif. Nein. Das ist aus, das ist aus. Das ist aus, das ist aus. 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 Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren